Das ist so, ich halte die Regierung für einen Vollidioten so. Okay, dann mache ich das Protest, jetzt wähle ich noch den größeren Vollidioten. Wunderbar, alles besser. Neues Album heißt Promotage. Promotage heißt, dass du nach Berlin kommst und viel zu tun hast. Deswegen danke, dass du auch zwischendurch ein paar Minuten wieder für mich hast. Sehr gerne, immer. Das freut mich. Gesundheitlich alles gut bei dir? Du weißt, wir haben schon drüber gesprochen. Ich sage es extra jetzt, damit du uns einbringen kannst. Ja, Freunde, ich habe Heuschnupfen, sonst heißt es wieder, ich bin Junkie oder sonst irgendwas. Deswegen sehen meine Augen auch so aus. Ich bin den ganzen Tag nur am Husten, am Heulen und keine Ahnung. Und das ist ein Funken Aufregung von meinen 50 Fragen wahrscheinlich auch mit drin, ne? Ja. Ja, danke schön. Das war das Wichtige, was ich jetzt habe. Denn ich komme mit 50 Fragen. Kurz erklärt, 50 Fragen bedeutet, ich haue dir jetzt 50 Fragen an den Kopf. Du kannst lange darauf antworten, du kannst kurz darauf antworten, du kannst auch gar nicht darauf antworten. Ich werde versuchen, Nachfragen zu vermeiden. Das heißt, deine Aussage bleibt stehen. Alles klar. Bist du bereit? Jo. Okay, mal gucken, was ich hier so für dich zusammengestellt habe. Oh nein, ey. Ja, wird schon. Geht los. Was ist Glück für dich? Zuhause, Familie, Ende. Bist du glücklich? Jetzt gerade ja. Wann warst du das letzte Mal unglücklich? Vor einem halben Jahr auf jeden Fall. Was macht dich wütend? Der Einkaufswagen, den andere Menschen vor dem Regal stehen lassen. Wenn Menschen und Hunde Kacke nicht wegmachen. Und Unpünktlichkeit. Was ist deine stärkste Charaktereigenschaft? Boah, das ist schwierig. Loyalität auf jeden Fall. Und was ist deine schwächste? Selbstdisziplin. Apropos, wann hast du dich das letzte Mal geprügelt? Das ist lange her eigentlich. Ich weiß nicht, vier Jahre oder so. Hast du gewonnen oder hast du verloren? Verloren. Würde sonst keiner sagen. Glaubst du an Schicksal oder Karma? Ich hoffe, dass es Karma gibt. Ich glaube nicht wirklich dran, aber ich hoffe, dass es Karma gibt, weil dann kommen viele Menschen im nächsten Leben aus Klobis und so weg. Hast du eine Haftpflichtversicherung? Klar. Ich komme aus einer Versicherungsfamilie. Bei denen, was dir in letzter Zeit passiert ist, ist das wahrscheinlich auf der Dürrung? Ich habe jede Versicherung, die es gibt. Doppelt. Ja. Wie fühlt sich das Leben einer Stadt an? Jetzt, wo ich so lange am Land lebe, ist es schon stressig. Also gerade in Berlin, viele Menschen, laut, Lärm, Dreck. Also es ist schon stressig. Und findet sich die City-Cobra auch in ländlichen Gefilden zurecht? Das auf jeden Fall. Also mittlerweile ja, am Anfang war es sehr, sehr schwierig. So die Gebräuche und alles. Schützenfest. Alles. Feuerwehr. Durch die Bank, alles. Aber welche Vorteile hat das Leben auf dem Land? Es ist sehr ruhig und man glaubt es immer nicht. Man weiß, ich wohne in Bayern und das Bild, das man von den Bayern hat, das geht von den falschen Bayern aus. Also das ist nicht so. Die sind wirklich so cool. Also das sind wirklich die coolsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich liebe das. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Boah, bei Batman vs. Superman. Und das war auch das erste Mal seit langem wieder, dass ich eingepennt bin im Kino. Aber es gibt schon ein Kino da irgendwo in der Ecke auch, ne? Ja klar, das ist ja ein... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ja. Hast du uns schon einen guten Bäcker gefunden? Ja, weil die Mutter meiner Frau auch in der Bäckerei arbeitet. Wo kaufst du dein Fleisch ein? Also wenn ich mal welches kaufe, was auch sehr selten vorkommt, beim Bauen. Ganz klar. Sind Vegetarier bessere Menschen? Also das ist Einstellungssache. Also ich glaube nicht, dass man als Vegetarier oder auch Veganer die Welt retten kann. Irgendwie ist eh alles für ein Arsch. Hausmannskost oder Molekularküche? Hausmannskost. Und was ist für einen echten Koch die größte Herausforderung? Für mich war es Sushi. Also es zu kochen. Und ich konnte das lange nicht, aber seit so einem guten halben Jahr habe ich es drauf. Und man sagt mir auch nach, dass mein Sushi besser ist, als das in den Läden. Welches Gemüse schnippelt sich am schwierigsten? Gefährlich sind immer Tomaten und Karotten. Das sind so Fingerkiller. Wie lange braucht ein gutes Steak? Ja, zwei Minuten pro Seite und dann ziehen lassen sie im Ofen. Welches Gericht musstest du in deiner Prüfung kochen? Ich habe so krass versagt. Also ich musste Forellenfilet auf Salat kochen. Die Hauptspeise weiß ich noch nicht mehr. Und das Nachspeise musste ich einen Apfelstrudel machen, so typisch österreichisch. Und das ist halt mega schwer. Blätterteig und so Falten. So wie viel? Über 300 Lagen. Und ich habe komplett versagt, weil ich auf Gas gelernt habe und dann auf E kochen muss. Und ich bin nur durchgekommen, weil ich in der Theorie so gut war. Sonst wäre ich durchgeflogen. So 30 Minuten Zeit für alles? Nee, du hast schon länger Zeit. Aber ich weiß es gar nicht mehr, weil es mega stressig. Ich meine, da stehen 20 Leute in der Küche und kochen sich einen ab, um einfach die Prüfung zu schaffen. Gibt es eine coole Kochsendung im Fernsehen? Ich weiß nicht, wie die jetzt heißt. Die mit Melzer, wo der immer gegen die anderen kocht. Alter, weiß ich gar nicht. Und ich meine, Henssler habe ich auch eigentlich immer gefeiert, weil er halt ein cooler Typ ist und ich kenne ihn halt auch. Und er war auch mal auf meinem Konzert und so. Das ist ganz cool. Womit kriegt man Frauen eher rum? Mit guten Kochkünsten oder mit guten Rap-Texten? Dass ich beides kann. Weiß ich jetzt nicht. Bist du gerne Rapper? Ja. Fühlst du dich als Teil der Szene? Nein. Wann hast du dich das letzte Mal geschämt, Rapper zu sein? Ist schwierig. Also ich schäme mich nicht dafür, Rapper zu sein, nur das Bild der Rapper ist halt ein sehr schwieriges in der Öffentlichkeit. Und wenn mich dann jemand fragt, bei mir im Dorf gerade, was ich beruflich mache, umschreibe ich das Ding immer. Musiker. Musiker, ja. Musiker und im Medienbereich. Warum gehört Beef nicht zu deinem Promoplan? Weil es mir einfach zu anstrengend ist. Also ich muss meine Energie für alles andere verschwenden. Erstens für die Musik, zweitens für Interviews. Scheiße. Nee, aber ich habe da keinen Bock drauf. Mir wäre das so stressig so. Man muss sich die ganze Zeit irgendwie ausdenken, wie man den anderen dann irgendwie in den Arsch treten kann. Mein Gott, da mache ich lieber was anderes. Ich gehe schwimmen. Bist du Team-Kollege oder Team-Flair? Kann ich nicht der neutrale Schiedsrichter sein? Wie gesagt, ich finde halt beides cool. Ich fand keinen von denen scheiße. Für welche deiner früheren Aussagen schämst du dich heute am meisten? Ja, Aussagen. Es gibt halt Songs. Also ich habe, also wie gesagt, Nemesis damals wurde indiziert. Da hatte ich mit Nice so einen voll Hongsong gemacht, der No Homo heißt. Also was voll entscheuert ist. Aber keine Ahnung, wir waren damals ein bisschen komisch. Komisch. Und welche solche Aussagen hast du nie gepostet? Für die du dich schämst? Ich habe gar keine gepostet, für die ich mich geschämt habe. Hand aufs Herz. Wann wird man irgendwann zu alt für Rap? Das Ding ist, man wird halt einfach alt und merkt es nicht. Das ist ja das Problem an der Sache. Ich stehe jetzt auch gerade da und denke mir, ich bin 35 und irgendwie so, hä, Gott, Alter. Was habe ich früher über 35 Jahre gedacht, die gerappt haben, weißt du? Irgendwann, ich will halt niemals so in diese Torchfalle tappen, dass man dann verbittert wird. Das Alter ist egal, du darfst nur nicht verbittert werden. Wo liegt bei dir zu Hause deine Bibel? Ich habe keine Bibel, ich bin null religiös. Und welche Parallelen hat dein Album zum Film, Noah? Also jetzt, es ist einfach so, wir wollten halt, das ist nicht zu erklären, weiter. Kennst du das erste Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5? Nein. Was steht da drin? Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse und war immer da und so weiter und so fort. Gut, deshalb sollte es auch Karma geben. Warum hat Noah die Arche gebaut? Weil er den Auftrag von Gott bekommen hat und hat so die Welt aufrechterhalten sollte. Deswegen alle Tiere retten, jede Art und so weiter und so fort. Könnte Rap-Deutschland eine Sintflut vertragen? Naja, klar, hat sie ja schon mal. Also ich meine, du weißt ja noch, irgendwann ist die Blase schon mal geplatzt. Ja, zu Recht. Wenn du eine Arche bauen würdest, würde es da eine Freestyle Corner geben? Ne. Und vielleicht auch eine Breakdance Corner. Nein, ich respektiere das alles voll, wirklich. Aber es hat mich halt wirklich nie interessiert, ohne das jetzt dissen zu wollen. Ohne Scheiß, das war halt nie mein Ding. Ich hatte früher Sprüher-Freunde, Breaker-Freunde und alles. Also ich bin wirklich so mit allen Elementen aufgewachsen. Aber es hat mich halt nie interessiert. Welche Rapper dürften mit auf die Arche? Boah, Gott, wenn ich jetzt einen vergesse. Ich hasse das immer. Okay, also auf jeden Fall Bessi, Montana, Rav Kamura, Yoshimitsu, Maxat, Donato, bin ich sonst noch mit Rappern befreundet? Ich meine, die, die ich gut finde, dürften auch mit drauf, aber die erzähle ich jetzt nicht, sonst werde ich alt. Ja, lassen wir es dabei und für den Rest, sorry. Wann ist das Boot voll? Verstehst du die Angst der Menschen in Europa? Ja, ja, wirklich so. Also, ich fühle sie selber und deswegen kann ich das auch komplett verstehen. Was läuft falsch in Österreich? Sozusagen irgendwie alles. Die Menschen überlegen einfach zu wenig, was sie da tun, was die gerade machen. Das ist ja das Problem. Die beschäftigen sich zu wenig mit diesem Thema, beschäftigen sich zu wenig mit Wahlprogrammen und den Personen, die sie da wählen und machen dadurch alles noch beschissener. Das ist so, ich halte die Regierung für einen Vollidioten. Okay, dann mache ich das Protest, jetzt wähle ich noch den größeren Vollidioten. Wunderbar, alles besser. Hast du Angst vor der FPÖ? Ich hasse die. Ich habe nicht nur Angst vor denen, ich hasse die zutiefst. Es gibt kaum Dinge, die ich mehr hasse als die FPÖ. Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? Noch. So, hat die rechte Seite nicht so die Überhand gewonnen. Leider. weißt du, mich kotzt das so an, Alter. Ich will, weißt du, man darf Österreich jetzt auch nicht verteufeln, es gibt so viele coole Menschen da. Aber es ist halt schwierig, Alter, weil wir halt komplett als Rechtsstar stehen jetzt gerade und jedes Mal, wenn ich sage, komme ich so hart auf den Deckel, Alter, das ist echt so. Ich sage, es ist ein super cooles Land mit super coolen Menschen, mit super coolen Künstlern. Aber anscheinend gibt es halt auch wirklich einen Haufen Vollidioten da. Wann würdest du deine Staatsbürgerschaft wechseln? Habe ich gesagt, wenn die FPÖ entweder den Bundespräsidenten stellt oder eben den Bundeskanzler. Und das ist mein voller Ernst. Kurz davor, ne? Ja. Verbringst du deinen Ruhestand in Österreich? Nein. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Es ist schwierig. Das kann ich kaum beantworten. Bist du das in die Frage? Ja, voll. Aber weißt du, das weiß man halt nicht. Also entweder bin ich tot oder, aber ich werde in zehn Jahren kein Rapper mehr sein. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das ist das Einzige, was fix ist. Und wie siehst du dich vor zehn Jahren? Hui. Mit ungefähr 20 Kilo mehr und als Proll. Was kann man von Jacuzza lernen? Mann, Alter, ich bin ja, keine Ahnung. Also, auch nicht mehr als von anderen normalen Typen. Weißt du, ich kann dir sagen, komm nicht zu spät, stell deinen scheiß Einkaufswagen nicht vor. Egal. Das muss echt ein Trauma sein, Alter, Entschuldigung. Mach deine Hundekacke weg und sei einfach cool, entspann ein bisschen und lass einfach die Menschen leben und wähle nicht rechts. Das ist nämlich gerade mein Thema, leider so. Ich muss immer ein bisschen politisch werden, weil ich gerade mega abgefuckt bin von der Situation. Und was hat Tupac dir beigebracht? Ich war leider kein Tupac-Fan. Jetzt habe ich mich komplett disqualifiziert. Trotzdem danke. Das waren 50 Fragen. Danke dir. Danke. Danke. Danke.